Und auch an der Stelle mache ich es dementsprechend jetzt kurz, freue mich auf den letzten Speaker hier bei Elektrischiff Live heute Vormittag, bevor wir dann zum großen Talk kommen und die Rede ist von Max Brandt, der CEO bei Flex eCharge und wir bleiben somit auch jetzt beim öffentlichen Laden, dann schalten wir Max direkt zu und schauen mal, ob auch dort sozusagen die neue Welt, das Sektorenkoppeln vorankommt und wie wir die Energie der Zukunft in unsere Autos bringen, auch im öffentlichen Umfeld, wo wir jetzt ja auch schon viele Zahlen gesehen haben, lieber Max. Von wo bist du zugeschaltet? Ja, vielen Dank. Ich bin heute hier aus unserem Hauptsitz in Kopenhagen zugeschaltet. Aus dem schönen Dänemark. Da freuen wir uns und ich mache direkt schon die Bühne frei und alles Weitere klären wir danach. Bitteschön. Sehr schön. Vielen Dank nochmal. Ja, ich komme heute mit dem Thema Chargepoint Intelligence und ich glaube, innerhalb meines Vortrags wird das ein bisschen klar. Also wir haben einen klaren Fokus auf Betreiber von halböffentlichen und öffentlichen Ladeinfrastrukturen und damit würde ich auch gerne einmal einsteigen, so ein bisschen für alle, die uns noch nicht kennen. Flex eCharge gibt es jetzt seit vier Jahren. Wir fokussieren uns exklusiv auf das Thema Last- und Energiemanagement und sind da in den letzten Jahren wirklich zu einem Spezialisten gereift, würde ich sagen. Wir haben unseren Hauptsitz hier in Kopenhagen, mittlerweile auch ein Büro in Deutschland mit einem Team und diese geografische Lokalität, die bietet uns eigentlich die Möglichkeit, auch sehr nah dran zu sein an den sehr weit entwickelten skandinavischen Märkten, allen voran Norwegen, wo eben auch viel Innovation passiert im Bereich intelligente Vernetzung von Ladeinfrastruktur mit dem Stromnetz, was jetzt eben auch seinen Einzug in Deutschland und Zentraleuropa erhält und anderen Weg rum sehr viel Regulatorik aus Deutschland, die auch über die Zeit wieder in die nordischen Länder wandert. Und das bietet uns als Firma, die mit unterschiedlichsten Betreibern von Ladeinfrastrukturen zusammenarbeitet, eigentlich die Möglichkeit, dieses Wissen zu bündeln und unseren Kunden auch zur Verfügung zu stellen. Ausgangspunkt unserer Lösung ist, wie bei so vielen auch das Lastmanagement. Jetzt die Innovation, sage ich mal, im Lastmanage-Bereich ist geschehen. Das wird jetzt wahrscheinlich nicht lang jetzt in dem Themenbereich Future of Charging nur über Lastmanagement zu referieren. Aber nichtsdestotrotz ist es kein untrivialer Baustein, den jeder Betreiber eben in seinem Technology Stack braucht. Wir bieten hier die freie Wahl zwischen lokalem Lastmanagement auf einer Gateway und Cloud-basiertes Lastmanagement auf einem unserer Server oder einem Server. Wichtig ist hierbei natürlich immer die Unabhängigkeit zu verschiedenen Ladestationsherstellern und Modellen, als auch die nahtlose Eingliederung in das bestehende Chargepoint-Management-System. Also unsere Technologie basiert hier auch auf einem OCPP-Proxy, der absolut Daten- und Verbindungstransparent eben sich zwischen die Ladestation und das Abrechnungs-Backend integrieren lässt. Die Unterscheidung, wann lokal, wann aus der Cloud, ist eigentlich auch relativ einfach. Immer dann, wenn ein separater Netzanschluss für die Ladeinfrastruktur besteht und keine weiteren nichtsteuerbaren Lasten in der Infrastruktur aufzufinden sind, dann langt so gesehen das Lastmanagement aus der Cloud heraus und hat natürlich auch gewisse Kostenvorteile und auch Installationsvorteile, da vor Ort keine Installation stattfinden muss. Wenn das gegeben ist, dass wir eben nichtsteuerbare Lasten wie Gebäude haben, aber auch Erzeugung wie PV oder Speicher lokal installiert haben, dann bietet sich eben auch der Einsatz eines lokalen Lastmanagements an und unsere Kunden können da je nach Infrastruktur frei wählen. Wenn wir uns ein bisschen in die Trends in dem Bereich schauen, also dynamisches Lastmanagement, wie gesagt, das ist jetzt eigentlich Standard auch im Markt, immer dann, wenn ich nichtsteuerbare Lasten mit drin habe. Was ein Thema ist, was jetzt sehr, sehr stark in den Fokus kommt, ist wirklich industrie-skalierte stationäre Speicher. Wir wollen im Grunde mit einer Lösung genau das schaffen, was wir mit den Ladestationen geschafft haben. Also es macht keinen Unterschied, ob ich eine Alpitronic, eine ABB, eine Technagon, Ladestationen aufbaue, ist alles Plug and Play letzten Endes mit unserer Lösung kombinierbar und das Gleiche wollen wir eben auch für stationäre Energiespeicher bieten. Wir haben jetzt angefangen mit drei Integrationen in namhafte Hersteller in dem Bereich und sind da eben auch weiterhin mit unseren Kunden immer auf der Suche nach geeigneten Energiespeicherlösungen für den öffentlichen Ladebereich und können diese dann eben auch lokal komplett steuern und kontrollieren. Daneben können wir natürlich über Stromzähler alle weiteren nichtsteuerbaren Lasten und auch Erzeuger mit einbinden und darüber haben wir auch heute schon ein bisschen was gehört. Das ganze Thema Interface zum Netzbetreiber, also Stichwort Paragraf 14a ist natürlich auch ein großes Thema, gerade in Deutschland, dass man hier eben auch die Möglichkeit hat, flexibel auf die jeweiligen Anforderungen des doch sehr fragmentierten Netzbetreibermarktes eingehen zu können, um hier eben das auch gewährleisten zu können, dass man eben auf die Steuerbefehle reagiert. Grundsätzlich das Lastmanagement wirklich der Layer, der uns ermöglicht, die Ladeströme an den einzelnen Ladepunkten zu kontrollieren und alle Daten aufzunehmen. Dabei soll es jetzt aber nicht bleiben, sondern woran wir mit unseren Kunden im letzten Jahr gearbeitet haben, ist, das Lastmanagement nicht nur standortbezogen zu betrachten, sondern tatsächlich auch im Gesamtportfolio zu betrachten. Also die meisten Betreiber haben unterschiedliche Applikationen, in denen sie unterwegs sind. Das können öffentliche Schnellladehubs sein, das können eben auch Logistikstandorte sein, Depots oder eben im Retail-Bereich vor Supermärkten. Alle diese einzelnen Sites haben unterschiedliche Anforderungen. Wir können alle diese Anforderungen mit unserem Lastmanagement abdecken und dann auf unserer Plattform bündeln. Das heißt, der Kunde hat einen Zugang zu all seinen Infrastrukturen, kann von da aus selbstständig die Installation oder die Konfiguration und auch das Monitoring übernehmen. Und wir aggregieren alle ladebezogenen Daten aus dem OCPP-Stream plus alle energierelevanten Daten von lokalen Erzeugern und Verbrauchern eben auch zentral auf dieser Plattform und stellen das unseren Kunden zur Verfügung. Und jetzt kommt eigentlich der innovative Teil. Was kann ich jetzt damit machen, wenn ich jetzt erstmal die Grundlage geschaffen habe, dass alle meine Ladeinfrastrukturen mit allen Ladestationen steuerbar sind und über eine Plattform, einen Endpunkt erreichbar sind? Und da kommen wir jetzt eben zu dem Thema Virtual Power Plant Readiness. Den Begriff müssen wir, glaube ich, ein bisschen zerlegen und da tiefer reinschauen. Ich habe jetzt hier auf der rechten Seite, das ist jetzt leider ein bisschen klein, aber einmal mitgebracht eine Gesamtlastkurve von einem unserer Kunden, der HPC-Hubs innerstädtisch betreibt in Dänemark und dort sehen wir eben die aggregierte Gesamtlast über alle Standorte und alle Ladestationen hinweg. Darunter haben wir einmal die korrelierenden aktiven Ladevorgänge, die damit korrelieren. Auf Basis dieser Datengrundlage können wir zunächst einmal sehr genaue Vorhersagen treffen, was den Bedarf angeht, aber auch was die Flexibilität angeht. Bei der Flexibilität ist insbesondere zu beachten, wie viele Ladevorgänge finden zeitgleich statt. Sagen wir, wir haben ein relativ großes Portfolio mit 1000 Ladepunkten und einer durchschnittlichen Gesamtlast von mehreren Megawatt und auch mehrere 100 oder 200 parallel laufende Ladevorgänge. Dann können wir eben hier genau die Flexibilität errechnen und über einen zentralen Endpunkt an auch, ich hoffe, das hört man jetzt hier nicht so laut, es ist hier gerade etwas, hier wird gebohrt, auch über einen zentralen Endpunkt in unserer Plattform steuern. Welche Potenziale ergeben sich jetzt daraus? Im Grunde haben wir zwei Potenziale in der Vermarktung von Flexibilität und das eine ist direkt im Energiehandel und das andere liegt im Flexibilitätshandel. Und da wollen wir jetzt nochmal ein bisschen tiefer einsteigen, um die Potenziale für den CPO hier uns etwas genauer anzuschauen. Wenn wir uns die durchschnittlichen Börsenstrompreise einmal für Deutschland hier auf der rechten Seite anschauen, dann sehen wir eben, dass wir eine sehr hohe Fluktuation haben oder sehr hohe Volatilität im Day-Ahead-Markt, also ein Tag vor Termin, aber noch eine viel größere im Intraday-Markt. Diese Volatilität, die wird noch zunehmend mit zunehmender Anteil an erneuerbaren Energien im Stromnetz. Das bedeutet jetzt letzten Endes für den Betreiber, dass er mit genaueren Vorhersagen besser treffen kann, was er tatsächlich verbraucht und wir haben das ja auch schon vorher gehört, im Energiemarkt muss Angebot und Nachfrage immer in der Waage sein und das eben auch für eine handelnde Partei. Das heißt, hier haben wir die Möglichkeit, mit dem gesamten Portfolio, im Falle, dass man jetzt sich ein bisschen verkalkuliert hat, auch wieder nachzusteuern. Das heißt, wir können einzelne oder alle Ladevorgänge um wenige Kilowatt reduzieren, beispielsweise, was dann aber in der Gesamtheit wieder mehrere Megawatt an Flexibilität bedeutet. Das Wichtige hierbei wiederum ist, dass der Fahrer, also der Endnutzer an der Ladeinfrastruktur davon im Idealfall gar nicht viel mitbekommt. Das heißt, wenn wir uns jetzt diese Intraday-Spitzen hier angucken in hellgrün, das sind wirklich sehr, sehr kurze Zeitfenster, in denen der Preis sich sehr, sehr stark bewegt. Wenn wir jetzt für, sage ich mal, nur zehn Minuten den Ladestrom um ein, zwei Kilowatt reduzieren und danach wieder erhöhen, dann kriegt der Fahrer davon im Zweifelsfall gar nicht unbedingt was mit. Über das gesamte Infrastrukturportfolio gerechnet, ist das aber eine sehr hohe Flexibilitätslast, die ich eben anbieten kann und damit eben auch große Gewinne erzielen kann. Das zweite ist das Thema Flexibilität als eigenständiges Produkt, also letzten Endes Regellast, die man direkt an die Netzbetreiber verkaufen kann. Wir sehen auch hier, dass die Netzbetreiber sind gesetzlich verpflichtet, eine gewisse Kapazität an Regellast vorzuhalten. Diese Verpflichtungen, die steigen über die nächsten Jahre. Das hat auch wieder damit zu tun, dass ich mehr Erneuerbare im Netz habe und mit mehr Erneuerbaren brauche ich eben mehr Flexibilität, falls jetzt einmal die Sonne nicht scheint oder der Wind sich doch anders entwickelt, als wir die Modelle das hergegeben haben. Das bedeutet letzten Endes als Betreiber vom Potenzial her wirklich die Möglichkeit, einen zusätzlichen Umsatz zu generieren. Und wir sehen das Thema momentan deutlich stärker noch in Nordeuropa, also gerade in Märkten wie Schweden und auch Dänemark, dass das wirklich die Betreiber beschäftigt momentan. In Deutschland ist das noch nicht ganz der Fall. Das liegt auch ein bisschen daran, dass Flexibilität, die Preise pro Megawatt Flexibilität in Skandinavien deutlich höher liegen. Was wirklich spannend daran ist, ist, dass der Einfluss wieder auf den Fahrzeugfahrer im Grunde noch viel, viel geringer ist. Weil von 100 Stunden Flexibilität, die ich angeboten und vermarktet habe, muss ich diese nur tatsächlich bereitstellen, im Falle, dass die Netzfrequenz sich aus dem Bandentweg der noch als zulässig gilt. Das kann vielleicht bei 100 Stunden vermarkteter Flexibilität 10 Minuten betragen. Das heißt, ich verdiene kontinuierlich Geld mit der Flexibilität, die ich bereitstellen muss, aber nur in seltenen Fällen diese Flexibilität tatsächlich bereitstellen. Und das bietet ein großes Umsatzpotenzial und eine große Chance für die Betreiber. Vielleicht noch einmal am Ende zusammenfassend. Wir sehen auf einer Seite die finanziellen Vorteile, die für Betreiber entstehen, dadurch, dass sie sich wirklich mit der Steuerung des Gesamtportfolios beschäftigen und mit der Intelligenz letzten Endes genau zu wissen, wie die einzelnen Ladevorgänge, wie das Lastprofil für die nächsten Tage aussieht. Da liegt ein großer finanzieller Vorteil, der entweder dafür genutzt werden kann, das eigene Geschäft profitabel zu machen oder eben Gewinne an den Fahrer weiterzugeben. Wir sehen ja auch jetzt schon einen recht großen Preiskampf, um am Markt wettbewerbsfähig zu sein. Und das Zweite, wenn wir uns das wieder gesamtgesellschaftlich anschauen und vielleicht ein bisschen den Bogen schließen, dann sehen wir natürlich, dass dadurch, dass Flexibilität aus der Ladeinfrastruktur nutzen, wir auch grünere und stabilere Netze hier schaffen können und damit einen Beitrag leisten zu einer Mobilitätswende und parallelen Energiewende, dass das beides Hand in Hand geht und am Ende tatsächlich ein nachhaltiges Mobilitäts- und Energiesystem besteht. Damit wäre ich jetzt auch am Ende angekommen und freue mich auf weitere Fragen und dann die Runde. Vielen Dank, lieber Max, für diesen Überblick. Ja, der Markus Fendt hat ja vorhin schon mal gesagt, dass die Flexibilität letzten Endes die neue Währung im Energiesystem ist. Und wenn ich deinem Vortrag gerade richtig gefolgt bin, dann würdest du das unterstreichen, oder? Ja, absolut, absolut. Das ist, glaube ich, einer der Schlüssel, um das zu gestalten. Welche Märkte siehst du in Europa dafür prädestiniert? Also unseren sehr kleinteiligen Deutschen, wo wir manchmal energiewirtschaftlich etwas hinterherhinken oder, anders gefragt, sitzt du nicht mit deiner Firma umsonst in Kopenhagen? Ja, es ist natürlich so, dass gerade die skandinavischen Länder einmal da relativ weit sind. Sie sind zentral organisiert. Es ist doch sehr viel einfacher, sage ich mal, Innovation tatsächlich auszuprobieren, zu schaffen. Weniger Regularien. Alle versuchen da an einem Strang zu ziehen. Das sehen wir sowohl in Skandinavien als auch in den Niederlanden. Ich glaube, das sind auch immer die Nationen, die sehr, sehr früh an einem solchen Wandel teilnehmen. Aber wir sehen auch das Interesse in Deutschland. Und ich glaube, gerade die Bundesregierung, die jetzige Bundesregierung hat das Thema für sich auch erkannt. Und wir sehen auch, dass sich da was bewegt. Also, dass das gesamteuropäisch kommen wird mit dem gesamteuropäischen Strommarkt, den wir ja heute schon haben, da besteht eigentlich kein Zweifel. Es ist halt nur die Frage, wann. Und da sind, glaube ich, Länder häufig schneller, kleinere Länder auch schneller als Deutschland sein kann. Ja, dann würde ich auch hier sagen, wir vertiefen das alles gleich im Panel-Talk. Danke für den Moment und liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Sie bleiben dran. Es gibt nur einen kurzen Clip. Wir bauen das Panel auf und dann machen wir hier die ganz große Runde mit allen Fragen aus dem Chat. Bis gleich.